Stell dir vor, du wirfst einen Ball senkrecht in die Luft. Kannst du seine Bewegung, nachdem er deine Hand verlassen hat, vorhersagen? Na klar, der Ball fliegt nach oben bis zum höchsten Punkt, dann fällt er wieder zurück und landet in deiner Hand. Das weißt du natürlich, weil du so etwas schon oft gesehen hast. Du beobachtest schon dein ganzes Leben lang die physikalischen Phänomene des Alltags. Aber nehmen wir mal an, wir erforschen eine Frage über die physikalischen Eigenschaften von Atomen, zum Beispiel wie die Bewegung eines Elektrons um den Kern eines Wasserstoffatoms aussieht. Können wir diese Frage mit unseren Alltagsbeobachtungen beantworten? Definitiv nicht. Aber warum? Weil die physikalischen Gesetze, die das Verhalten von Systemen in so kleinen Maßstäben regeln, ganz anders sind als die für große Objekte, die wir ständig beobachten. Unsere vertraute Alltagswelt unterliegt den Gesetzen der klassischen Mechanik. Aber Systeme im Maßstab von Atomen verhalten sich nach den Gesetzen der Quantenmechanik. Diese Quantenwelt ist äußerst sonderbar. Das lässt sich durch ein berühmtes Gedankenexperiment veranschaulichen. Schrödingers Katze. Ein Physiker, der Katzen nicht besonders mag, steckt eine Katze in eine Kiste mit einer Bombe, die nach Schließen des Deckels mit 50%iger Wahrscheinlichkeit explodiert. Solange wir den Deckel nicht wieder öffnen, können wir nicht wissen, ob die Bombe tatsächlich explodiert ist und somit auch nicht, ob die Katze lebendig oder tot ist. Laut Quantenphysik war die Katze vor unserer Beobachtung in einem Superpositionszustand. Sie war weder lebendig noch tot, sondern in einer Mischung aus beiden Möglichkeiten mit einer Wahrscheinlichkeit von jeweils 50%. Gleiches passiert mit physikalischen Systemen auf Quantenebene, etwa einem Elektron, das in einem Wasserstoffatom kreist. Doch das Elektron kreist dabei nicht, sondern ist quasi überall gleichzeitig, wobei die Wahrscheinlichkeit, dass es sich an bestimmten Orten befindet, größer ist als an anderen. Erst wenn wir seine Position messen, wissen wir, wo es gerade ist. So wie wir vor dem Öffnen der Kiste nicht wussten, ob die Katze lebendig oder tot war. Das bringt uns zum sonderbaren, faszinierenden Phänomen der Quantenverschränkung. Wenn wir das Experiment statt mit einer Katze in einer Kiste mit zwei Katzen in zwei Kisten wiederholen, kann das Experiment auf eine von vier Möglichkeiten hinauslaufen. Entweder sind beide Katzen lebendig oder beide tot. Eine ist lebendig und die andere tot oder umgekehrt. Das System der Katzen ist wieder in einem Superpositionszustand, wobei jedes Ergebnis eine 25%ige Wahrscheinlichkeit hat. Und jetzt kommt der Clou. Laut Quantenmechanik kann man die Ergebnisse, beide Katzen leben und beide Katzen sind tot, aus dem Superpositionszustand löschen. Mit anderen Worten, es kann ein System mit zwei Katzen geben, bei dem immer eine Katze lebt und die andere tot ist. In der Fachsprache sagt man, dass die Zustände der Katzen verschränkt sind. Aber die Quantenverschränkung ist wirklich verblüffend. Bereitet man das System mit zwei Katzen in Kisten im verschränkten Zustand vor und bringt dann die Kisten an entgegengesetzte Enden des Universums, wird das Experiment immer gleich ausgehen. Eine Katze wird immer lebendig und die andere immer tot sein, auch wenn völlig unklar ist, welche lebt und welche tot ist, bevor wir das Ergebnis messen. Wie ist es möglich, dass die Zustände von Katzen auf gegenüberliegenden Seiten des Universums auf diese Weise verschränkt werden können? Sie sind zu weit entfernt, um zeitnah miteinander zu kommunizieren. Wieso explodiert immer nur eine Bombe und die andere nicht? Vielleicht denkst du jetzt, das ist doch nur theoretischer Mumpitz, sowas gibt es in der realen Welt nicht. Aber Quantenverschränkung konnte bereits in Laborexperimenten bestätigt werden. Bei zwei subatomaren Teilchen in einem Superpositionszustand muss sich ein Teilchen in eine Richtung drehen, während sich das andere in die andere Richtung dreht. Das gilt auch, wenn die Teilchen keine Informationen austauschen, in welche Richtung sie sich nach den Regeln der Verschränkung drehen müssen. Die Verschränkung ist der Kern der Quanteninformatik, die untersucht, wie man die Gesetze der sonderbaren Quantenwelt in unserer makroskopischen Welt nutzen kann. Zum Beispiel in der Quantenkryptographie, damit Spione sich sichere Nachrichten schicken können. Oder im Quantencomputing, um Geheimcodes zu knacken. Die Alltagsphysik könnte der sonderbaren Quantenwelt sogar ähnlicher werden. Die Quantenteleportation schreitet womöglich so weit fort, dass deine Katze eines Tages in eine Galaxie fliehen kann, in der es weder Physiker noch Kisten gibt. Dieses Katzenparadoxon ist zwar nach wie vor ungelöst, aber warum sich Katzen so seltsam verhalten, das wissen wir jetzt. Finde in diesem Video die Gründe für die skurriersten Eigenheiten unserer behaarten Freunde heraus. Abonniere unseren Kanal und verpasse keine Lektion, die es wert ist, zu teilen.